Bosporus der Bosporus ist die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Maama Amir. Sie trennt Europa von Asien und teilt die Stadt Istanbul in einen europäischen und asiatischen Teil auf. Dieser Artikel befasst sich mit den Anlegestellen und Fährlinien auf dem Bosporus, dem Goldenen Horn und den Istanbul-Amaama Amir und Sehenswürdigkeiten an den Ufern. Hintergrund der Bosporus hat eine Gesamtlänge von etwa 30 Kilometern, und die Breite variiert zwischen 700 bis 2500 Metern. In der Mitte ist er zwischen 36 und 124 Meter, bei Bebeck, tief. An der Oberfläche fließt das Wasser aus dem Schwarzen Meer Richtung Mittelmeer, in etwa 40 Metern Tiefe fließt ein schwächerer Unterstrom in die entgegengesetzte Richtung. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 3 Knoten, etwa 5,5 Kilometer pro Stunde, stellenweise sogar bis 8 Knoten, fast 15 Kilometer pro Stunde. Das Schwarze Meer hat durch seine wasserreichen Zuflüsse, wie Donau, Dnieper, Dniester, Don, südlicher Burg und so weiter einen Wasserüberschuss. Im Mittelmeer verdunstet mehr Wasser als durch die Flüsse hinzukommt, so entsteht Wassermangel. Der Unterstrom entsteht durch den doppelt so hohen Salzgehalt des Wassers des Mittelmeers, dadurch ist das Wasser schwerer und fließt am Boden zurück. Bei seltenen Südwinden kann es sogar vorkommen, dass sich die Wasserströmung an der Oberfläche dreht und umgekehrt fließt. Die Gezeiten sind im Bosporus sehr schwach ausgeprägt. Brücken und Tunnel über den Bosporus führen drei Hängebrücken, die Bosporusbrücke, 1973, die Vathe Sultan Mehmetbrücke, 1988, und die Jawors Sultan Selimbrücke, 2016, am Nordausgang des Bosporus. Die Brücken sind für den Straßenverkehr mehrspurig ausgebaut und mautpflichtig. Im Oktober 2013 wurde ein Eisenbahntunnel unter dem Bosporus eröffnet. Die vollständige Inbetriebnahme des Projekts Marmarei, das heißt die Verknüpfung des Tunnels mit dem türkischen Bahnnetz beiderseits des Bosporus, ist für 2019 geplant. Eurasientunnel am südlichen Ende des Bosporus wurde von 2011 bis Ende 2016 der erste Straßentunnel unter dem Bosporus gebohrt. Der 5,4 Kilometer lange Tunnel verbindet als erster Straßentunnel den europäischen Stadtteil Kasesesme mit dem asiatischen Stadtteil Götzdeppe. An seiner tiefsten Stelle ist die Tunnelsolle 106 Meter unter der Wasseroberfläche. Durch den Tunnel dürfen nur BKWs und Kleinbusse fahren. Schifffahrtpersonen und Autofähren verkehren regelmäßig zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil der Stadt. Personenschiffe fahren auch auf dem Goldenen Horn sowie zwischen dem Festland und den Prinzeninseln. Außerdem läuft der komplette Frachtschiffverkehr zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer durch den Bosporus. Weiterhin ist Istanbul auch, die zentrumsnah beim Istanbul Modern Museum anlegen. Es gibt die städtischen Schiffsbetriebe IDO und den privaten Schiffsbetreiber Touriol, die die Schiffsanlegestellen anfahren und weitere kleinere Gesellschaften. Es werden verschiedene Bosporusfahrten angeboten, kurze oder lange Touren, öffentliche oder private, Mondscheinfahrten, bei denen die Schiffe erst abends ablegen. Rundfahrten auf dem Bosporus werden unter anderem von den Tour Avrasia Group angeboten. Die einfachste Art und Weise zu einer Bosporus-Tour zu kommen ist, sich einfach an einem Fähranleger, oder auch woanders, ansprechen zu lassen. Der Bosporus ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Durchschnittlich befahren mehr als 250 Frachtschiffe, Öltanker und andere Schiffe die Engstelle. Der Blick auf das Wasser wird nie langweilig, irgendein Schiff fährt immer vorbei. Regelmäßige Ereignisse Ende April, Anfang Mai steht der Judasbaum, Ergoban, in voller Blüte. Entlang der Ufer des Bosporus wurden zahlreiche Judasbäume gepflanzt, so dominiert während dieser Zeit die kräftige Farbe lila die Ufer. Bei einer Bosporus-Tour mit dem Schiff lässt sich dieses Ereignis am besten betrachten und genießen. Einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit beim Bosporus Cross Continental Swimming Race von Asien nach Europa, einmal quer durch den Bosporus zu schwimmen. An einem Sonntag im Juli schwimmen ungefähr 1600 Menschen, die Anzahl ist begrenzt. Frühzeitige Anmeldung nötig, die 6,5 Kilometer lange Strecke. Am 29. Oktober feiert die Türkei ihre Gründung. Das Highlight am Nationalfeiertag spielt sich am Abend zwischen dem Leander-Turm und der Bosporus-Brücke ab. Um 19.00 beginnt die Feier mit einer Lichter-Show. Ab 19.30 Uhr geht das große Feuerwerk am Ortakölplatz los, das über dem Bosporus eine Höhe von bis zu 250 Metern erreicht, mit entsprechender Hintergrundmusik. E-Minönü See-Irhat-La-Bosporus-Fähren, Bogazisi-Jol-Tour-Doc, und eineinhalbstündige Bosporus-Fahrten. Häufige See-Irhat-La-Fähren nach Ösküda auf der asiatischen Seite. Wenn man nur eine kurze Fahrt über den Bosporus machen will, einfach an Bord springen und gleich wieder zurückfahren. See-Irhat-La-Fähren nach Kadikü alle 15 oder 20 Minuten. Fähren von Karakö-Galata, am nördlichen Ende der Galata-Brücke gehen auch nach Kadikü. Dieses Dock ist nun ein Buchladen und ein Souvenirgeschäft. Diese Autofahrer nimmt auch Passagiere über den Bosporus auf den Harem Odoga, der Intercity-Bus-Terminal auf dem asiatischen Ufer mit. Karakö In einer alten Lagerhalle des Hafens von Karakö mit permanenten und wechselnden Ausstellungen von Bildern türkischer Künstler vom 19. Jahrhundert bis heute. Kabatas die Anlegestelle der Fähren ist in, nur wenige Schritte von der Standseilbahn für Niküla. Sie führt von der am Bosporus gelegenen Talstation zur Bergstation am Taximplatz hinauf. Die Fahrt ist etwa einen halben Kilometer, überwindet 75 Höhenmeter und dauert 110 Sekunden. Neben der Anlegestelle gibt es Anschluss an die Straßenbahnlinie T1. Die Straßenbahnlinie Tramfai-T1 verkehrt von Kabatas-Findikli, Topane, Karakö, weiter über die Galata-Brücke an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei bis Basilar. Die, Ömer Agni M. 34.427 Istanbul Der Dolmar Basarayli ist ein prunkvoller Sudlandspalast mit viel ursprünglicher Ausstattung direkt am Bosporus-Ufer. Es werden Führungen zur Besichtigung angeboten. Museum für Malerei und Skulptur Marine Museum Basik-Tasch die Anlegestelle für die Fähren Schnellboote, Dennis Motor, der Dentur Avrasyakrupp verkehren täglich nach dem Prinzip der Sammeltaxes nach Isküda 6.20 bis 1.30 Uhr. Die 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 orthodoxe Sankt-Vorkasskirche Die Festung Der Ortake-Anlegestelle Ortake Erste Bosporus-Brücke Die Bosporus-Brücke, Bogatz-Köprüsü oder Birinji-Bogatz-Isik-Köprüsü wurden 1973 eröffnet und verbindet die Stadtteile Besiktasch und Isküda miteinander. Sie ist eine Hängebrücke mit sechs Fahrspuren, zwei Notspuren und einem Fußweg, insgesamt 33,4 Meter breit. Sie hat eine Gesamtlänge von 1560 Metern und die Spannweite zwischen den beiden stählernen Pylonen beträgt 1074 Meter. Die Pylone sind 165 Meter hoch und die lichte Höhe unter der Brücke beträgt 64 Meter. Arnavutke Die Anlegestelle Arnavutke für die Fähren Bebek Die Anlegestelle Bebek für die Fähren Zweite Bosporus-Brücke Die zweite Bosporus-Brücke, Fati-Sultan-Memet-Brücke, Fati-Sultan-Memet-Köprüsü oder Eikinzi-Bogatzisi-Köprüsü wurden 1988 eröffnet und verbindet die Stadtteil Rumelisan und Ortak-Depe miteinander. Sie ist eine Hängebrücke mit acht Fahrspuren und beiderseits einem Fußweg, insgesamt 39,4 Meter breit. Sie hat eine Gesamtlänge von 1510 Metern und die Spannweite zwischen den beiden stählernen Pylonen beträgt 1090 Meter. Die Pylone sind 210 Meter hoch und die lichte Höhe unter der Brücke beträgt 64 Meter. Sagt Saabank-Museum der Saabank-Universität in Ermürgan, Osmanische Kaligafien und Gemälde Jenikö die Anlegestelle Jenikö für die Fähren Die Fähre insgegenüber liegende Bekjuts kostet 2,50 TL, 2016, und muss bar bezahlt werden. Die Istanbul-Karte kann nicht eingesetzt werden. Entlang der Uferpromenade stehen schöne Häuser aus dem 19. Jahrhundert. Österreichisches Generalkonsulat, Avustoyabas Konsulos Lugu Saria Anlegestelle Saria In Eminönü am Bogaz Iskalesi fährt um 18.10 Uhr, Stand 03.2016, eine Fähre an der europäischen Seite des Bosporus entlang bis Saria. Die Fahrt dauert etwa 75 Minuten und es gibt Getränke an Bord. Der Preis ist günstig, man kann mit der Istanbul-Karte bezahlen. Zurück geht es jedoch erst am nächsten Morgen um 7 Uhr. Romeli-Kavak Die Anlegestelle Romeli-Kavak für die Fähren Dritte Bosporusbrücke Die dritte Bosporusbrücke, Jawus-Sultan Selimbrücke, Jawus-Sultan Selim-Köbrüsi führt zum neuen Flughafen Istanbul und verbindet die von Adirne kommende Autobahn O3-E80 mit der nach Ankara gehenden Autobahn O4-E80 miteinander. Sie ist eine kombinierte Hänge-U-Schrägseilbrücke mit beidseitig vier Fahrspuren in der Mitte durch eine zweigleisige Eisenbahnstrecke getrennt, insgesamt 59 Meter breit. Sie hat eine Gesamtlänge von 1875 Metern und die Spannweite zwischen den beiden stählernen Pylonen beträgt 1408 Meter. Die Pylone sind 320 Meter hoch. Auf der asiatischen Seite Das Wahrzeichen Üsküdas ist der Leander-Durm, Türk, Zetkulesi, einem Bosporus-gelegener Leuchtturm, in dem sich heute ein Restaurant und ein Café befinden. Harem Fähranlegestelle Harem Üsküdar Fähranlegestelle Üsküdar Schnellboote, Dennis Motor, Dedentur Avrazya Grupp verkehren täglich nach dem Prinzip der Sammeltaxis nach Besiktas 6.10 bis 1.15 Uhr Montag, Freitag nach Kabatas 6.45 bis 24 Uhr Wochenende und Feiertag nach Kabatas 7 bis 24 Uhr. Kutzgunkuk Fähranlegestelle Kutzgunkuk Kanaat Lokal Enties, Fischrestaurant direkt am Bosporus, neben der Fähranlegestelle Kutzgunkuk Erste Bosporusbrücke Balabeyi Sarai, Balabeyi Palast, diente als Sommerresidenz für Sultan Abdul Aziz. Er ist am besten von der Anlegestelle Balabeyi erreichbar. Balabeyi Fähranlegestelle Balabeyi Sengelkei Fähranlegestelle Sengelkei Kandeli Fähranlegestelle Kandeli Küsüksu Fähranlegestelle Küsüksu Der ausmanische Sommerpalast Küksüksu-Kasre, oder Küsüksu-Palast direkt am Bosporus ist der Geburtsort des Prinzen Sabahätten. Der sehenswerte, luxuriöse ausmanische Palast ist ganz aus weißem Marmor erbaut. Früher kamen die Sultane nur für eintägige Ausflüge, daher gibt im Palast auch kein einziges Bett. Im Palast würden Szenen für den James-Bond-Film Die Welt ist nicht genug gedreht. Anadolu Hisar Fähranlegestelle Anadolu Hisar Anadolu Hisar, die anatolische Festung wurde zwischen 1393 und 1394 als eine der ersten osmanischen Burgen von Sultan Bayezid-i. errichtet. Von ihr aus wurde zusammen mit der am europäischen Bosporus-Ufer liegenden Rumele Hisar den Schiffsverkehr auf dem Bosporus kontrolliert. Kanker Fähranlegestelle Kanker Baikots Fähranlegestelle Baikots Die Fähre insgegenüber liegende Jenikül kostet 2,50 TL, 2016, und muss bei Ankunft bar bezahlt werden. Die Istanbul-Card kann nicht eingesetzt werden. Anadolu Kavak Anadolu Kavak Es gibt viele kleine Restaurants und Cafés direkt am Pier. Am Hang, auf dem Weg, 15 Minuten bergauf, zu einer Burgruine gibt es weitere Restaurants mit herrlichem Ausblick. Von der ehemaligen byzantinischen Burg Joros Kalesi hat man einen guten Blick auf den Ausgang des Bosporus und die neue Brücke. Das Goldene Horn Das Goldene Horn ist eine langgezogene Bucht, die in früheren Zeiten als natürlichen Hafen diente. Eminönü Turiol Eminönü Iskelesi, Turiol Boote zum Bosporus, Ösküda, Haida Basa und Kadeküi. Eminönü Halitsch Iskelesi, Boardingpunkt für sie ihr hat La Goldene Hornfähren und Kreuzfahrten. Karakö Turiol Karakö Katke Ösküda Iskelesi Anlegestelle Kasmpasa Fenner Anlegestelle Fenner Haske Anlegestelle Haskei Ivansaray Anlegestelle Ivansaray Südlös Anlegestelle Südlös Eüb Anlegestelle Eüb Endstation Yenikep Anlegestelle Yenikab, Bursa Anlegestelle Yenikab, Bantra Barakö Anlegestelle Barakö oder auch Afla genannt Katke Der ehemalige Bahnhof Haida Pasagar, in dem alle Züge aus östlicher Richtung endeten wurden 1908 von den deutschen Architekten errichtet und war in früheren Zeiten Ausgangspunkt der Bagdad-Bahn. Hier hatte Florence Nightingale in Zeiten des Krimkrieges ihren Ruf als die Lede mit der Lampe errungen. Nach Inbetriebnahme des Eisenbahntunnels unter dem Bosporus ist das Gebäude derzeit abgesperrt. Anlegestelle Haida Pasar, Fähre nach Karakö Anlegestelle Karakö und Eminönü Anlegestelle Karakö, Eminönü und Kabatas Anlegestelle Bershiktasch und Adala Anlegestelle Karakö Anlegestelle Barakö und Bost Anc Bost Anc Anlegestelle Bost Anc Kartal Anlegestelle Kartal Pendik Anlegestelle Pendik Adala Die Prinzinseln sind der Stadtteil Adala von Istanbul. Der Bezirk besteht aus vier bewohnten und fünf unbewohnten Inseln. Die bewohnten Inseln sind Büyükada, Hebeliyada, Burgazada und Kanaalada. Im Allgemeinen spricht man hier von den Prinzeninseln und diese Stellen ein beliebtes Ausflugsziel der Bewohner von Istanbul da. Anlegestellen Kanaalada Burgazada Hebeliyada Und Büyükada Zedaf Adasi Zedaf Adasi